Hallo, mein Name ist Tim Schramke und ich arbeite bei Schäffer im Vertriebsinnendienst. Heute zeige ich Ihnen die dicksten Lader aus unserem Fuhrpark. Hinter mir warten sage und schreibe 476 PS und was die sonst noch so alles drauf haben, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir bei Schäffer bauen seit den 90er Jahren Teleradlader und damit gehören wir zu den Pionieren in diesem Bereich. Tausende Teleradlader sind weltweit im Einsatz und spielen ihre Vorteile voll und ganz aus. In der Landwirtschaft sind sie ideal und technisch optimal ausgestattet, wenn es um das Befüllen von Biogasanlagen, das Bewegen von großen Ballen, das Anwalzen auf dem Silo oder um das Verladen großer Mengen Getreide geht. Auch im Bau, in der Industrie und in der Kommunalwirtschaft werden diese schlagkräftigen Maschinen immer beliebter. Sie überzeugen durch Hubhöhen von über 6 Metern, selbst ohne Hochkippschaufel. Und diese drei Teleradlader hinter mir schaffen das alles spielend, dank der Heavy Duty Bauweise, die wir Ihnen mitgegeben haben. Alle drei tragen übrigens den Zusatz 2 in der Modellbezeichnung. Die markiert die neueste leistungsstarke Motorengeneration von Deutz, welche die strenge aktuelle Abgasnorm 5 erfüllt. Nachhaltigkeit ist also schon ab Werk eingebaut. Beim Chassis vertrauen wir auch bei der Spitze unseres Teleradladerprogramms auf das bewährte Knickgelenk in der Mitte. Denn das ist nicht nur wartungs- und verschleißfrei, sondern bietet Ihnen auch drei Jahre oder 3000 Stunden Garantie. Für die Standsicherheit haben wir den dreien zusätzlich noch eine Pendelachse hinten spendiert. Die drei bringt also so schnell nichts aus dem Gleichgewicht. Zusätzlich bietet diese Bauform noch weitere Vorteile, wie die perfekte Rundumsicht dank der mittig positionierten und großen Kabine. Bessere Sicht beschleunigt das Arbeiten und macht sie sicherer und eine große Kabine bietet viel mehr Komfort als die sehr kleinen bei den konventionellen Teleskopladern. Da sind wir auch schon beim Antrieb und auch da haben wir nur das Beste verbaut. Heavy-Duty-Planetenachsen oder ein Hochdruckantrieb mit bis zu 530 Bar. Natürlich gibt es serienmäßig auch Schäffer High Traction Force, HTF, für automatische Schubkraftregelungen. Und das Verzögern übernimmt eine im Ölbad laufende Lamellenbremse. Die bildet ein geschlossenes System und ist absolut wartungsfrei. Auch beim Teleskoparm macht sich unsere jahrzehntelange Erfahrung bemerkbar. Hier setzen wir voll auf Stabilität. Unsere Überlappung von Innen- und Außenrohr ist größer als bei unseren Wettbewerbern. Und nur bei Schäffer bekommen sie wartungsarme Ferroform-Gleitelemente und keine aus Plastik. Der Werkzeugzylinder steckt bei unseren drei Ladern gut geschützt im Teleskoparm und die robuste Z-Kinematik garantiert sehr hohe Ausbrechkräfte. Nur vom Feinsten, auch für den Fahrer. Das ist unser Motto bei den drei Modellen hier. In der großzügig verglasten Kabine genießt er perfekte Rundumsicht und optional Klimaautomatik, Sitzheizung oder einen Komfort-Luftfedersitz. Dann schauen wir uns unseren 9640 T-2 einmal etwas genauer an. Das ist schon ein gewaltiges Ding mit seinem Einsatzgewicht zwischen 8,4 und 9,7 Tonnen. Wenn ihr Einsatzgebiet allerdings keine 2,83 Meter Höhe zulässt, gibt es den 9640 T-2 auch in einer Höhe von 2,73 Meter. Beide bieten eine Hubkraft von 4,2 Tonnen bei einer Hubhöhe von 5,40 Meter. Serienmäßig sind 20 kmh Spitze drin. Optional gibt es aber auch eine 40 kmh Version, die mit dem Schäffer Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet ist. Das ermöglicht Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung bei maximaler Schubkraft. Auch serienmäßig bei der 40 kmh Version ist der elektronisch geregelte Fahrantrieb SPT und der Eco-Mode. Bei der Arbeitshydraulik haben wir bei diesem Modell ganz hoch ins Regal gegriffen. Sie bietet 145 Liter pro Minute Förderleistung serienmäßig und zusätzlich noch Floorsharing und Load Sensing. Das gleichzeitige Bewegen des Arbeitsgerätes und des Hubarms sowie das Teleskopieren sind damit selbst bei rotierenden Arbeitsgeräten problemlos möglich. Das Teleskopieren erfolgt proportional durch die Betätigung des Rollschalters und die verbaute Axialkolbenverstellpumpe garantiert extrem kurze Reaktionszeiten und somit deutlich schnellere Arbeitsabläufe. Mehr Informationen erhalten Sie auf www.schäffer.de oder bei Ihrem Schäffer Vertriebspartner.